Hallo, ich bin Barbara. Herzlich willkommen. Geht es Ihnen gut? Mein Name ist Mohammed. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Vielleicht kann ich ja helfen. Worum geht es denn? Ich bin gerade mit meiner Familie aus Syrien angekommen. Wir brauchen Hilfe für unseren Sohn. Er ist mehrfach behindert, hat eine geistige Beeinträchtigung und zudem eine Spastik. Oh, das tut mir sehr leid. Unsere Flucht hat ihn sehr mitgenommen. Er ist aggressiv und meine Frau Fatima und ich wissen einfach nicht mehr weiter. Kann uns jemand helfen? Sie sind genau richtig hier, Mohammed. Ich arbeite bei der Migrationsberatung der Diakonie Hannover Land. Und was machen Sie da? Wir unterstützen Menschen mit Fluchterfahrung wie Sie. Wir beraten zu vielen Themen. Und wir leiten an andere Stellen weiter, wenn wir das für nötig halten. Der Aufwand für die Pflege unseres Sohnes ist aber sehr hoch. Und wir brauchen ganz schnell Hilfe. Keine Sorge. Wir sind für Sie da. Wir helfen Ihnen. Und was sollen wir nun machen? Kommen Sie doch einfach morgen zu mir in die Beratungsstelle ins Büro. Bring Sie alle Unterlagen mit, die Sie haben. Ich werde dann da sein und Ihnen helfen. Und wo ist das? In der Schillerslagerstraße 9 in Burgdorf. Vielen Dank. Das werde ich machen.